Warum? Hier schreibt jemand, ich habe den weißen, die sind so ekelhaft. Keine Empfehlung. Es geht hier um die neuen Juicy Bombs von Essence. Und zwar sind es keine Lip Glosser mehr, sondern jetzt Lip Oils. Vielleicht hätte ich zuerst einen holen sollen und nicht direkt drei. So schaut der aus und das ist die Farbe 01 Coconut Crush. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Geruchstest. Oha! Boah, das riecht so krass nach Kokosnuss. Ich trage den jetzt zuerst auf den Lippen auf und dann gibt es natürlich wieder einen Geschmackstest. Das Einzige, was mir so ein bisschen negativ auffällt, dass da wirklich richtig wenig Produkt rauskommt. Auf den Lippen ist der einfach nur durchsichtig, also hat keine Farbe eigentlich. Also bis jetzt ist er nicht ekelhaft, aber wir machen ja jetzt eben den Geschmackstest. Hate Kommentare in 3, 2, 1. Boah! Okay, ich verstehe irgendwie so ein bisschen den Kommentar, denn der ist ganz komisch. Und ich glaube, wir müssen uns alle daran erinnern, die sind nicht zum Essen da. Okay, ich glaube, wir müssen uns alle daran erinnern, die sind nicht zum Essen da. Okay, ich glaube, wir müssen uns alle daran erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020